Herzlich Willkommen Leute in ne Runde Counter-Strike mit Alex und Kundran. Hallo. Hallo. Ich bin heute aus Japan zurückgekommen. Nichts Kanna. Wurde gerade sagen, das Erste was Dallu macht heute nach Japan. Und es ist mega ungewohnt. Hallo. Hey Team. Warum gehen da so viele weh? Ich bleib drüben, ich bleib drüben. Hast du gerade mit jemandem geredet? Ja, du hörst ja nie. Hast du nen Chat aus? Ich hab nen Bein dafür. Alter, ich bin so langsam. Oh, hier kommt B. Along, along. Ey, für mich ist das so schwer zu erkennen. So fühl ich mich hinter. Einer ist hier in Big Box. Ah, aber Frauen ich bin da immer noch gut ey. Du bist angst, dass hinter dir ist noch einer. Boah, jetzt hab ich ne Decor. Oh shit, ich hab mich verkauft. Ich hoffe, ich gewöhne mich da heute noch. Mein Mikrofon ist broken, scheiße. Was? Was? Ne, ich dachte er hat das gesagt in game. Bei dem Polska hör ich nämlich ganz gut. Ja, dem Polska hat man den anderen und beim anderen hat man nur Rauschen. Ja, genau. Ich hör die alle nicht. Hä? Ja, du hast doch immer alle gemudelt ey. Ne, ich hab hier so nen Bindack. Ja, ich hab hier so nen Bindack. Das Spielchen, was die Leute jetzt hören. Es ist leicht, dass ich sie aktiviere. Oh ja. Ne, wieder. Ich bin gespannt, wie schnell ich mich dran gewöhne. Wieder an diese 144 Hertz Action. Nie wieder. Thank you. Bombe liegt bei B. Yes. No, we don't understand you. Haha, ne, ich hab. Ihr redet mit dem, ne? Yes. Und da unten ist noch einer. Go on A. Deine. Ja. Hat er gecallt. Ah ja. Miniroome. 60. 70 Jahre. Sooo. I go FK. I go FK. I go FK. No problem. Holy shit. Sorry. Oh no. It happens. Ich glaube, er möchte sein Mikrofon einstellen. Holy shit. War die Bombe nicht hier irgendwo? Einer ist im Dropper drin. Alex, da können die Dropper rausgegangen sein schon. Ja. Immer noch. Der hat sich hochgeboostet, glaube ich. Kann gut sein, ja. Ich glaube, es sind beide Dropper drin. Ich glaube, die fehlen den Sprung. Was hat er denn für eine knallige Abduel-Beredder? Was war das für eine Animation bei Kunran? What the fuck? Ne, der hatte nicht geschäven. Ja, in einer Hand. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Bei mir hatte die nur rechts gehabt. Der hat ja zwei Knacken gehabt. Ja, ja. Okay, der stellt sein Mikrofon ein. Ich könnte auf... Man kann ja bei den Optionen gucken, wie man das anmacht. Äh, Option. Gehe ich auf. Audio, ne? Äh, ich habe schon in Ewigkeiten nichts mehr eingestellt. Ich habe keine Ahnung. Enable Voice. An. Ne, ich möchte nicht reden, ich will sie nur hören. Gott. Play Audio, Game, Background, Voice, bla bla. Ich habe das Zocken aber schon echt vermisst. Das glaube ich. Das glaube ich. Also irgendwann willst du auch einfach wieder was spielen. Vor allem, weil so viele geile Sachen... Alle hatten ja Beta-Wochenende. Also Call of Duty, SOS, hey. Und so weiter. Und so weiter. Und natürlich hört alles auf, wenn man dann wieder da ist. Der SOS kommt aber ja wieder. Ja, COD kommt auch wieder. Es kommt nämlich raus. Ja, aber das SOS ist ja noch nicht draußen. Aber ich bin da auch nicht gezockt. Ich habe auch nicht viel gemacht. Also ein bisschen... Divinity oder wie das heißt. Ja, Divinity. Stimmt, das habe ich auch mit... Problem, Tyson. Das kann ich nur jemandem empfehlen, der gerne Rollenspiele spielt. Und viel Englisch... Ist das so ein bisschen Diablo-Sacred-mäßig? Nee, nee. Diablo vielleicht ja. Das ist nein. Ist ein bisschen wie Witcher, bloß halt von oben. Das ist ein ganz anderes Kampfsystem. Das ist viel mehr Pen & Paper. Ja, natürlich, ja. Pen & Paper, ja. Du kannst auch Pen & Paper dran spielen. Ja, richtig. Du kannst sogar Pen & Paper dran spielen. Das ist schon cool. Es ist eine Mission aus vielen Spielen, würde ich sagen. Aus vielen Spielen, würde ich sagen. Äh. Äh. Bleibt er jetzt wieder? Bleibt er jetzt hier? Okay, ja. Thanks, Bro. Anni, thanks. Ni hao. Ni hao. Hi. Oh, Smoke verkackt. Jetzt kommen sie Dropper. Ne doch nicht. Mit. Aber bitte mit Sahne. Mhm. Oder was ist dein Alex? Kann einer von euch Dropper gucken? Mach ich. Mach ich. Was ist das Dropper? Ihr war eine Flash im Dropper? Someone check Drop for me. Ich bin Dropper. Oh nein, verkackt. Egal. Besser als schlecht. Ich flash dir mal eine Sicke Flash da rein auf Lang. Ich, ich seh nix. Ich smoke. Dropper ist einer. Ja, Droppi, 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 Droppi. Meiner. Lang ist einer. Lang sind zwei. Lang sind zwei. Feuer in die Halle. Sniper down, zwei Mal auf der leften Seite. Noch einer links, Alex. Er hat noch mal einen Hittgenpick. Äh, 1. 21 in eins nur. Okay, dann trash, dann trash, Bro. Der letzte hat 10 HP. Okay. Das ist krass, wie gut er wollte denn in der Spiel ist. Du bist genau synchronisiert. Ja. Komm, komm dran. Komm, komm dran. Komm, komm, ist leer. Er muss B kommen. Er muss B kommen. Kann eigentlich die bessere Waffe haben, aber... Ich hatt'n AWM gehabt, oder? Du musst nur stehen bleiben. AWM? Also ich würd' gar nicht laufen, weil der erste Schuss muss nur sitzen, um ihn zu töten. Ja, es heißt AWM. Nein, in dem Spiel heißt es AWP, ja. An die Battleground-Haters, ja. Einfach AWP. Das versteht dann keiner. Das freut mich auch her, woher diese Aussprache kommt. Dieses AWP bei GOMATICS. Ja, das sind ja so Sachen, wenn du halt schnell irgendwie was für zu halten willst. Obwohl... Ja, okay. Für uns ist AWP nicht länger, aber für die Amis AWP finde ich halt dann... Ja. Äh, vorab kommen hier. So. Okay. Alles gut. Ich werfe noch einer nach oben. Ich werfe einen hinten ins Eck, cool, dann pass auf. Einer war da auf jeden Fall. Ja. Okay. Lang kommt einiges. Oh, mein Molly hat den angeburnt oder so. Ich hab... Die Nate sollte dahin, wo sie gelandet ist. Also das war... Nein, der klaut mir die AK. Ja. Ich hatte ne Farmers. Bühne egal. Ja, jetzt werden sie was anders machen. Wurde jetzt echt der eine gekickt wegen, äh... Wegen Messer. So. Boah, du wurdest gewählt, dann wirst gekickt. Hätte auch jeder andere hinten treffen können. Manchmal ist das immer blöd, der letzte... Also, wenn man Solo spielt Counter-Strike und du bist der letzte Lebende, dann kannst du immer nur alles falsch machen. Oder gemacht... Ey. Es können vier Leute von einer Person gekillt werden, aber wenn du der letzte bist und auch von der Person gekillt wirst, dann wirst du gekickt. Ja, weil du bist das echt schlecht gewesen. Oh, da steht noch auf. Schon wieder? Jo. Nein! Oh, das ist ein Scout. Das ist ein Scout. War das ein doppelter Hit oder ein? Ne, er hat mir zwei ge... Also... Er hat mich zweimal getroffen. Waste meine Granaten hier völlig. Völlig untaktisch. Wo ist deine Waffe? Ja, der Sniper steht noch. Castle Box. Ah, ich... Middle one and... The one stirs... In the powers. Jetzt Counter-Strike nach COD spielen ist nicht gut, ey. Counter-Strike ist aber so ein gutes Game. Ja, wenn es 4 zu 3 wäre, wäre es geil. Die Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass es okay wäre für die. Echt? Mhm. Haben die meisten geschrieben. Also es haben auch welche aber gesagt, die können sich 4 zu 3 nicht geben. Ja, das ist ja auch nicht schön. Muss ja ehrlich sagen, das ist nicht... nicht geil. Also vom Zugucken her. Meinst du die gehen A? Soll ich mal A rüberrotieren oder kommen die auch wieder? Ach. Ja, die gehen jetzt auch A. Sind auf jeden Fall A. Hab dem einen echt nicht gut erwischt. Oh lol. Soll ich saven? 150, 117. Jetzt sind noch einer weniger. Komm COD ey! Muss ich viel zu 3 spielen für die... Ja ok, ja das ganze ist nicht... Ja, braucht ja nur einer. Das finde ich bei Counter-Strike so schlimm tatsächlich bei CS GO. Ok ok. Aber 1.6 finde ich viel leichter auf Entfernung Leute zu sehen. Hier sind die alle so mini irgendwie. Ja ne, das liegt glaube ich gar nicht daran. Das liegt daran, dass die Grafik halt schöner geworden ist. In Counter-Strike 1.6 hattest du halt... Du hattest halt alles Matsche und wann darauf ein Spieler war, war das halt direkt offensichtlich. Da gibt es halt absolut keine Details und das hat das Spiel halt auch so geil gemacht. Aber... Wof habe ich jetzt 300 bekommen? Irgendeiner muss gegangen sein von denen. Ja, einer ist gegangen. One ist Connector. Ähm, Danger. Ich bin hier leider alleine. Ja, Connector ist ja eigentlich die Mitte. Also einer ist Danger. Bin hier alleine. Mini-Connector nennen wir das glaube ich immer. Also wir für uns. Ja, ich weiß. Bombe liegt bei mir. Bombed down on A. Was ist das? Ding. Fuck der ist schon aufm Spot. Aber ohne Bombe. Nee, er hat sie jetzt. Nee, er müsste sie haben. Dann wird er planten für Cash. High flash. Komm das wieder down. Lang schießt irgendwas. Ich habe auf lang geschossen. Achso. Der kommt doch sicher hinter uns. Bleib mal bitte Death. Ich habe 12 HP. Bleib mal bitte Death. Bleib mal kurz leise. Hallo. Hast du gesehen? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja. Haha. Voll black. Da spürt er irgendwas hin und man sieht es nicht. Dumpshot stand da. Aber er ist gesprungen. Ah, er ist... Der Heine könnte Alex sein. Er ist shit. What's with my ping? Jetzt ist dein Mikrofon. Danke, Mann. Alles Kacke. Okay. Ich wusste nicht, der ping überhaupt. Ach, nach vorne war das hier. Der ping ist doch gar nicht so schlecht. Das war am Anfang. 100 Damage, Nate. Das war eine Hunderter. Schön. Außer die haben sich Team Attacked. Dann wäre ich aber ein bisschen sauer. Das muss ich gleich checken. Ja, aber viel Team Damage kannst du nicht gewinnen, sonst hätte es ein Assist gegeben. Ja, aber so eine 80er oder 90er HE habe ich schon öfter gehabt. Lol, der hat da noch an den Nate richtig gefressen. Wie viel... Ja, lol. Wie... Ich hab den einen, da muss ich durch den Rauch angeschossen haben. Dein hat die Nate entweder an den Kopf bekommen und sie ist dann explodiert. Also ich habe 113 in 2, 116 in 5 und 71 in 4. Obwohl ich nur einen erschossen habe und die Nate geworfen habe. Let's go. Echt? Ich kaufte einen AK. Oh, ich habe keine Rüstung. Ach. Warum hast du denn überhaupt einen AK gekauft? Du hattest einen AK? Ich habe gar nicht, ich habe eine Rüstung von vorher. Ja, weil ich mich treffe auf jeden Fall. Oh nein, der eine wurde gekriegt. Warum ey? Grenade out. Warum will der eine mit uns reden? Ich habe langsam Angst, du bist ein Troll. Lang. Boah. Einer nur. Retro-Wave. Warte, ich werfe den in den Sieg geflasht. Du kannst auch gucken. Jetzt. Keine Ahnung, wo er hinten ist. Ah, da. Oh, ich fand. Der ist ganz gut. Ich hätte den gar nicht mehr drin bei mir eigentlich. Der war außerhalb der... Wenn ich die Flaschen... Die Flaschenwerfe kannst du komplett gucken. Die flasht dich nicht da. Du flasht oben, ne? In den Bögen rein. Mit AWP geht es auch, weil hier 16 zu was auch immer ist. Also B9, 172. Alex. Also Darlup ist jetzt zwei Wochen weg gewesen, hatte zwei Wochen keinen PC. Ja, aber ich bin ein PS-Spieler der einzige PC zu Dresch. Ja. Er ist ein COD-Spieler über die Beta geworden. Ich glaube auch. Ich muss sagen, COD ist gar nicht so. Schlecht. Ich freue mich drauf. Und das sagt ein Battlefield-Spieler, ne? Das ist schon selten sowas. Ja, nach den letzten Battlefield-Zeiten. Was ist denn los? Blinddart. What the fuck. A-Om der letzte. B-A-Om. A-Q-Gang hier. Ah. Das heißt, der kann auch rüberrotieren. Deploying Flashback. Ich komme mal zu euch. Wie auf B ist langweilig. In der Q-Gang ist nichts. Und Mitte. Ich weiß. Ja. Ich hätte nur nicht freie Schussbahn. Oh ne, keine Nova. Nein! 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 Das habe ich jetzt. Das habe ich gar nicht. Der ist wegen seinem Mikrofon wieder gegangen. Mikrofon check. One two. One two. Dann spiele ich das nächste Mal mal 4 zu 3. Machst du mit da, Anu? Äh. Mit dem Monitor ein bisschen problematisch. Wieso? Weil ich habe ja jetzt schon links und rechts schwarzen Rand. Achso, du hast den großen Monitor? Ja. Ja. Da ist halt noch mehr schwarze Ränder. Aber spielst du Stretch? Vielleicht spielst du nicht Stretch? Ja. Ich spiel ja auch Stretch. Und Water. Water. Dann hätte ich ja 4 zu 3 mega stretched. Das ist doch geil. Oh, Bombe ist aber B. Shit, jetzt weiß ich nicht wohin. Ja, die liegt da. Liegt die? Ja. Dann komme ich rüber. Aber die kann jemand nehmen. Außer wir aimen sie jetzt ab. Warte, soll ich denen? Ich werfe denen eine Flash, Alex. Da ist keiner da. Außer kann man 4 zu 3 viel geile Pixel-Aim machen. Das ist richtig. Eins was ich daran gewöhnen muss ist, dass die vertikale und horizontale Mausgeschwindigkeit anders ist. Das ist geil. Oh Gott, damn. 30 AP. Aims du ab? 30 AP. Aims ab, ja. Er hat es nicht aufgerufen? I don't know where is the problem bro. Einer ist bei mir Dropper. Das war der. Das war der Dropper, ja. Ah, der letzte ist bei mir Connector. Kannst also bei mir up aimen. 30 Sekunden, also. Dropper ist da drin. Die geklickt. Da ist er. Da ist er. Ich verspacht. Boi. Da hat er erschießen. Da habe ich nicht getroffen. So knapp. Hast du den Schuss gesehen, ne? Der da eigentlich schlagen ist? Der hat den wirklich gesehen, den ich versprochen habe. Was ist der Willen ab? Äh. Jetzt haben wir 3 AP. Jetzt haben wir 3 AP. 4 sogar. Hahaha. 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 Ich habe mir auch noch eine AWP gekauft. Hahaha. Huch. 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 Throwing smoke. Grenade out. Huch. Oh Gott. Unten Water ist einer. Wie ist keiner? Die kommt in A. Wenn gar so pushen bei euch. Ich weiß nicht von wo. Ich habe ihn nicht gesehen. Huch. Alter. Ja. Auf A gelegt. Oh Gott. Der sagt auch keine Anladen. Lila. Wer ist ein Lila? Das ist der der kein Mikrofon hat. Hahaha. Hahaha. Hat der eine? Hat der eine? Hat der eine? Huch. Unter. Oh shit. Komm mal. Der steht Lila auf dem Spot drauf. Äh und sagt. Der kann doch kein Mikrofon. Der kann ja schreiben. Das ist weird. What the fuck? Wenn da viele Leute drauf sind. Das war viel lustiger. Wo war der denn auf dem Spot? Am Truck war der? Oder wo war der? Ja vielleicht war er auch. Vielleicht war er selbst auch in den Optionen. Hm. Kann aussehen. Dass er wieder irgendwas wegen Mikrofon gepunkt hat. Ich habe halt nur den Punkt nur irgendwo auf A gesehen. Ok. Pulse. Kann man AWP'r. M4 AWP'r. Alter. Ich habe gerade den Bug. Theoretisch könnte. Ne ich springe ja jetzt. Scheiße. What? Das ist ein Glitch das du immer hoch und runter gehst. Oder du zum Beispiel auch über die Map gucken kannst. Ach so. Ne kommt schon wieder A. Ne. Okay. Bist du lang? Ja. Flash. Flashbang. Fuck. Hä? Ich habe die gute Schrift gesehen, ich habe geschossen, er ist nicht tot. Was ist das denn gewesen? Hier sind noch mehrere bei mir. Nice. Die können schon auf A sein. Der langen Loot ist weg, ne? Die werden auf A rotieren. Dropper. What the shit. Bomb ist aber A. Zwei sind A. Ja. Habe ich sehen. Ach shit. Ich wusste halt, dass er da drin ist. Ach jetzt kommt er da hin. Ja. Doch, doch. Den hättest du noch. What? Ja, das war er. Der pusht dich, der pusht dich. Schön. Funktioniert nicht mehr, glaube ich. Das ging mal früher. Der wird unter dir sitzen. Bei COD wär der tot gewesen. Warum sind da die Hitboxen so schlecht? Ne, du hast, ich hab grad gegen die Seite geschossen, gegen den Dings da. Yo, make well and fix anything. Hast du dich gesehen, wo ich ihn geschossen hab von dann? Bei mir hast du ihn einfach nicht geguckt. Gegen die Leiste da. Ja, ich hab gegen die Leiste geguckt. B.O.C.E.Sports should be named B.O.C.E.Sports. Ach, Lila ist... Soll ich dich boosten? Throwing smoke. Wasn't a joke made. Throwing Grenade. Muss ich da überhaupt noch springen unten? Ne, ne? Ähm... Ich glaub schon. Woah, wirklich ist... Ich bin fast. Take your... Why? We don't need him. And he's a jerk. Könnten oben A kommen schon. Ah, der AWP kommt auch. We would have one player more if we kick him. Man, don't be a... Tyson? Er hat geflickt und hat verwegt. Er hat nicht gedacht, er hat sich hochgesprungen in den Links der der Wanze. Ich hatte gehofft, er kommt erst hinten raus. Ähm... Ist die letzte Runde, Alter. Da wird nichts gespart. Eine Diegel geht auch noch. Da kann man noch eine Flasche kaufen. Eine Flasche. Ne, das ist eine Decoil. Ach, da ist er. Einfach mal irgendwo hinwerfen. Decoil ist auch so das Unnötigste, was es gibt in dem Spiel, oder? Kannst du natürlich was als Fake Flash machen. Ne, Fake Flash. Ah ja, gut. Aber das ist auch das Einzige schon. Dafür ist es aber die 50 wert. Kannst auch deine Pistole wegwerfen, das ist auch eine geile Fake Flash. Du kannst auch deine Orb wegwerfen, damit der Pistole killen. Und die Bombe ist drüben. Oh, lange ist auch eine Granate. Die könnten auch wieder rotieren rein. Ja, ja, können sie auch noch. Schritte hier, Walter. Die wollen ja bei COD übrigens auch Spray Pattern einführen, ne? Habt ihr das wirklich gesehen? Die wollen bei Rainbow Six Spray Pattern einführen. Ja, hab ich ja gesagt. Ne, du hast COD gesagt, Alex. Ne. Ja. Ja, links am Truck. Close. Und da hinten noch. Holy shit, hier steht da hinten noch. Nice 3, nice 3. Nice 3. Boah, jetzt fehlt ihnen das Wort. We must know. Boah, das sieht gut aus. So, die Glock wurde ja gebufft, hab ich gehört, oder? Die Glock war schon vorbuff, die beste Pistole. Ja, aber man nimmt immer noch die Tag 9. Ich hab jetzt nur die Glock genommen und dann ne Rüstung. Wir können ja wechseln, wenn wir mal die Glock gleich hab ne Rüstung. Das ist nur die Taktik. Ja, genau. Einer kauft ne Rüstung und der kriegt die Pistole. So geht die Taktik. Nur wenn du Olaf heißt. Oder Friber. Ich bin Olaf. Du müsstest mir eher die Rüstung droppen. Ne. Das geht ja nicht, ne? Ich bin blind. Oh. Go, go, go. Koffer liegt bei dir, ne? What the fuck. Go. Ich hab schon Grundraum, ich höre, den ich spiel. Less talking, yeah. More playing. Hm. Tyson 2. Der hat wieder gebiotet. Holy shit, ey. Der hat wieder gebiotet. Taser kill. Freut mich. Also, sauer. Kann ich nicht flashen. Geh doch weiter. Ah, ich soll doch nicht stehen. Nein. Er wäre auf A. Aber die wissen ja, dass die Bombe da drauf ist. Tot. Die spreadet noch einmal. Ich weiß. Ich glaube, die hat gespreadet. Wo ist denn da ein Dude eigentlich? Und da kam die mit. Also, von rechts am Fin. Ah, das bringt nichts. Mit der Waffe kommst du nicht durch die halbe Wand. Nein, nein. Also, du kannst ja grundsätzlich, also, selbst wenn du ja nicht durch Steinmauern, also durch viele, Wanden nicht schießen kannst. Naja, das war die Hälfte. Da geht's doch nicht. Du kannst durch zwei Ecken schießen. Und da kommt auch an, wie der Winkel ist, ne? Genau. Wenn du zu weit eingeht, ist es vorbei. Also, durch Ecken kann man schießen, aber mit der UMP jetzt nicht geklappt. Früher waren es ungefähr 1 cm bei Spread. Ich weiß keine Ahnung, wie es jetzt ist. In 1,6 konntest du durch alles schießen. Alleine durch die Nuke-Lagerhalle, durch die Steinwand konntest du ballern. Das war das Lustige an dem ganzen Spiel. Ja, du hattest sehr viele geile Prediction-Shots. Es gab sehr viele so WTF-Momente. Du hast auf irgendwen geschossen mit der AWP, schießt durch die Wand und hast dann einen anderen geholt. Den kriegen wir glaube ich nicht. Der wird nicht nochmal kommen. War der geflasht unten? Nö, ich war nicht geflasht. Nö, ich war nicht geflasht. Also, ich nicht. Ich habe mich weggedreht vorher. Ich bin jetzt auch zu wenig Pieps inzwischen. Das lernt man alles. Das ist alles weg, ne? Irgendwann sowas. Ja, die wissen, dass wir hier kommen. Ja. Einer ist close rechts. Achso, ihr seid weg waren. Ich bin mal links. Go. Shit. Gg. 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 Ah, einer ist äh. We can kick Tyson and win this. Believe me. Dieser Glock ist doch Bullshit. 90 in 8 ey. Gg. Gg. Was? Gg mal F1. Sollen wir jetzt wirklich kicken? Ja, er hat am Anfang sein Maul aufgemacht gegen Alex. So. Was hat er aufgemacht? Er hat seine Fresse aufgemacht. Er hat einfach blöd den Dots geschrieben. Das hab ich gar nicht gehört. Ja. Hat er geschrieben. So. Wenn du sowieso selber kacke bist, dann flamest du halt einfach nicht. So. Dann hätte ich ihn noch nicht gekickt. Weil an sich ist mir die Stats egal. Egal. Er hatte 2,2,7 gehabt. Ja. Ist okay. Ja. Passiert. Kannste haben. Aber dann machst du nicht dein Maul auf. Ja. Wie war das noch hier mit Anweisungen? Ja. Du bist Global. Dann darfst du das. Ne. Auch dann darfst du halt nicht. Du machst halt mal die Fresse nicht auf. Global. Du kannst das machen. Weil dann ist der andere gewustet. Gibt nie einen Grund irgendwie die anderen Leute zu flamen. Außer sie machen ihr Maul auf. So wie der Polska. Nicht dadurch. No. Da war es schön gefangen ey. 30 Sekunden. Ah no problem. Kuck Slash. Ich hab mal hier Leute oder so Alter ich bin Dauerflash LOL ich war Flash am Ende Ich bin Dauerflash gewesen Hahahaha Ich war auch Dauerflash Habe aber gewusst wo die herkommen That's not lasted Fucking Hacker Vor allem das sagt der Der bei mir den irgendwie 180 Shot gemacht hat mit seiner Orb Hehehe That's not legit Ach Nese Throw in the Flash Bank Flash Bank Ficken Wenn er noch lebt Ficken ist down Okay Plan 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 Einer ist noch hier Please Shut up and play Less talking more playing Mein ich hab geguckt wo Oh Letzter Schuss trifft zum Glück nicht mal Das war nicht der letzte In dem Magazin da war If you want to have a chat Go in some chat rooms Hehehe I can be a quiet No no You just don't need to be quiet But just calls are good But don't say someone how to play Ah ok Erzählt der immer noch irgendwas oder was? Der buttert jetzt nur auf Erzählt der Schauen wir her Links weg No Oh fuck One more Oh fuck it Einer von hinten One from behind One from behind Habt ihr den? Chicken ist noch Jo chicken hat er Sorry Lang oder so Jaja lang lang Ich seh Alex da rauslaufen Ich seh dich da hinzielen Wenn man lang einen tötet Dann kommt meistens der aus dem Dropper raus So wie wir das halt auch machen So alles klar da kommt der Basic movement Hehehe 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 Schöne Lang irgendwo war auf Hehehe Hehehe Das war auf jeden Fall richtig Hehehe Hehehe Gott das bin ich nur extra mittlerweile So wie wird dieses Spiel tatsächlich Das muss man echt durchgängig spielen Jeden Tag Dann geht das wieder Un 4 zu 3 oder? Du müsst dann eh ne Echo haben oder sowas Die hatten eben glaub ich nix Also mich hat eh meiner Minderp Oh das Gott Nehm ich die AK die ist noch voll Nehm ich die AK die ist noch voll So ist keiner mehr hier Dich hab ich gehört mein Freund Lang Wie lang kommt Nein Es blockt der Typ Hehehe 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 Ich wollte die Bombe hier planten Du hast mich hier weggeblockt Und bin dann wieder irgendwo anders gelandet Hehehe Ich wollte nur mal die Bombe planten Hehehe Hehehe Guck mal kaum war der Tyson weg Machen wir das Ach stimmt Nachdem wir den gekickt haben haben wir die Runden geholt Und Larry hat auch schon ein Hehehe 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 Hehehe